Taktisches Tempo ist langsamer. Soll langsamer sein. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Also, sind wir mal ehrlich. Es kommt auf jeden Fall nicht mehr... ...die komische Map. Wo alles überwiegend ist. Weißt du, dann hast du auch Kanäle für Arme. Ach, du meinst Shipment. Ne, genau. Das stimmt. Man kann ja auch vieles sagen. Aber Newtown bei Black Ops... ...weil ich hätte nicht gern. Ja, die gibt's ja auch bei... Die gibt's bei allen Black Ops-Teilen. Ohne Scheiße. Neben Black Ops kommt die nochmal wieder. Die wird immer wieder verwertet. Deswegen ja, weil die ist ja auch richtig gut. Und die ist aber auch klein. Die ist klein, die ist aber okay, ja. Aber du, es gibt dann auch so 24-7-Nuketown... ...server, die du bespielen kannst. Die sind voll okay, aber irgendwann... ...irgendwann ist es zu viel. Ja. Au. Ja, genau. Ja, genau. Also, Leute, ihr müsst beim Objective spielen. Achso, wir sind nur 6. Deswegen soll ich nicht langsamer, weil es weniger Leute sind. Ja, aber ich find... ...ich find auch, es fühlt sich auch langsamer an. Er messert mich. Schon wieder so neivy-beivy? Ne. Mit seiner Waffe. Weil er ein Bagnett drin hat. Achso. Ich glaub, die haben auch die Bewegungsgeschwindigkeit runtergesetzt. Ja. Ich glaub, so ist das auch gedacht. Dass du dir das denn... ...so wie du das gerne hättest, ja? Ja. Ich glaub, deswegen ist man in den... ...bei Shipment auch so schnell. Ja, Shipment ist allgemein so schnell. Glaub ich. Ja, das ist ja sowieso, klar. Wie von links. Oh. In der Kirche. Ja. Hat Hits. Ja, aufm Dach. Musst aber was machen. Nicht aufm Dach campen. Wir spielen Objective. Hinter mir. Geht jetzt Richtung Kirche rein. Ja, ich hab's grad gesehen. Der hat mich gemacht. So ein frech Dachstein. Einmal im Steigen gerannt für... ...und klar. Ich müsste dann gleich wieder Wasser holen. Ich hab nämlich keins mehr. Oh nein. Naja, schlimm. Und hin. Also die Gegner spielen auf keinen Fall Objective, so wie das aussieht. Fanny ist in der Zone. Wo? Links. Da. Man zieht ihn nicht. Ne. Einen hab ich von dem Ganzen. Oh, die Katzen meckern. Oh, die Katzen meckern schon. Hör ich auch grad. Ich muss sie gleich kuttern. Ja. Ja, ich werd auch gleich mit dem Hund raus. Ne, ich bin überfällig. Aber das macht dir nix, ey. Ach, Kat. Du. Die werden schon nicht verröhren, wenn die fünf Minuten später Essen kriegen. Ja, vor allem die nicht. Die fressen ja auch nicht alles. Also. Ah, ich möchte. Die essen auch nur Thunfisch. Genau. Nur Thunfisch. Und auch nicht immer. Ich möchte nur die Sorte Thunfisch von der Firma. Das ist aber wirklich so. Und das kostet nicht meine Geld. Und dann möchte ich auch nur Viscas. Und Felix. Ne. Viscas essen sind nicht. Das ist eh zu billig. Und die fressen dann auch mal drei Tage lang gar nix. Das juckt dann auch nicht. Jo. Wenn die das nicht wollen, dann machen die das nicht. Dann fressen sie ja Trockenfutter. Was ja. Ja. Alter hat der dich weggesnippt. Vor allem da. Äh. In der. In der Kirche stehen zwei Mann von uns. Ja. Schlimm oder? Ich weiß nicht ob die einfach keinen Bock haben. Oder ob die zu blöd sind. Ob die kein Bandmaß halten können. Was acht Meter lang ist. Da. Ich mein da fühle ich mich ja eigentlich auch. In der Honda. Bin ich ganz ehrlich. Das könnte ich sein. Und da kannst du auch mein Arbeitskollegen fragen. Das ist wirklich so. Von wo? Jetzt frag ich mich auch immer wieder. Treffen müsste ich auch mal ne. Würd helfen. Was denn? Nach Hundenzone. Ich hab das Gefühl ich bin die ganze Zeit alleine in der Zone. Ja ich hab dich versucht von oben von der Kirche aus zu decken. Ja. Funktioniert ja auch. Ja ich bin aber doch inzwischen gestorben. Ist ja auch egal. Es muss ja nur einer in der Zone sein. Es ist ja genau das. Ja. Und selbst das schaffen die Gegner nicht. Weil sie einfach nicht objective spielen sondern irgendwo rum sitzen. Und sich ihre Eier abcampen. Ja klar. Was ist denn mit der Zone los? Warum kriegt ihr den um? Ja vielleicht sagt die Zone sich huuuu anlassen. Zonenpunkte. Aua aua. Irgendeine Art. Von da. Von rechts hinter dem Stein. Achtung. Ja alles klar bin tot. Ne ich hab's gesehen. Werfe eine Granat. Werfe eine Betäubungsgranat. Hinter dir. Die Zone ist geistig verwertet. Ja. Easy ne. Haben wir gemacht. Haben wir gemaked. Haben wir das. Aber ordentlich ey. Die hätten wir gar nicht objective gespielt. Wir haben auch 3 Viertel 9 ne. Alter was ist hier los? Letzter Abschuss oder was? Da. Sehr schön. Da war ja noch einer. Den hab ich gar nicht gesehen. Tja. Ich bin jetzt auch im Fernsehen. Bist ihr sicher? Ja. Da bin ich. Zonenboy ne? Ja. Ja. Genau. Und wenn ich nix kann. Und ich bin Eroberungsman. Zonenboy und Eroberungsman. Wir retten die Welt. Äh. Ich hab auch sogar ein Kill mehr als. Äh. Zwei Kill mehr als so. Ein in dem Dome. Und als Zeitkick haben wir noch Nachladejunge dabei. Genau. Rein in den Dome Aal. Jetzt spielen wir natürlich wieder die Whitey. Die ist total geil. Auf dem Dome kannst du das machen. 150 Schussmagazin ist dran. Ähm. Falscher Knopf. Wir wollen uns nicht hinlegen. Was sagst du jetzt? Ach. Patrouille auch noch. Ja. Nein. Wollt grad schießen. Ja. Da war noch ein Gegner. Ah. Jetzt ist da einer. Wir haben die Patrouillen. Also Patrouille auf der Map. Weiß ich nicht. Ja. Das hatten wir schon mal. Ja. Das eine war aber richtig gut. Weil wir beides MG240 hatten. Ja. Ich mein ich hab trotzdem riesen MG. Aber. Du musst hinkommen. Und dann. Bei den fünf Mann. Ja. Bei den tollen Spawns. Aber bei fünf waren Genien. Bei fünf waren Genien. Bei fünf geht ja noch irgendwo. Ja. Das Schlimme ist gerade. In jeder Ecke steht irgendwie einer. Muss nachladen. Brauche Deckung. Na ich werd schon wieder von hinten erschossen. Komm. Ich. Ich. Mit einem MG nachladen. Auf dieser Map. Keine Chance. Ne. Oh da hat auch einer. Das ist weit leh. Komm geht halt weg. Also. Die Schildbrüder hat mich gerade nur blockiert aus unserem Team. Kann ich nicht sagen. Einzige was sie gerade gemacht hat ist meine Schüsse. Aber mehr hat die nicht gemacht. No man. Ja super. Aber ich hab auch nen Gegner geschossen. Das ist gar nicht so einfach mit dem Hund halb auf der Tastatur. Nein. Okay. Ach ist er sonst nicht ruhig? Ja. Irgendwie ja. Aber er möchte. Er hat gerne Körperkontakt. Ah ja. Er hat Kuschelbitter. Ja. Er fühlst dich nicht geliebt. Du liebst ihn nicht. Ne. Wahrscheinlich fütterst du denn auch gar nicht. Doch. Das sagst du jetzt. Wenn ich unsere Katze frage. Die werden auch nie gefüttert. Ja. Das ist auch weil. Wenn er andere Leute trifft. Die erkennt der Hund ne. Gleich auf den Boden schmeißen. auf dem Rücken. Oh bitte streichel mich. Ich werd nie gestreichelt. Und noch nie. Im ganzen Leben. Ne. Noch nie. Ich weiß gar nicht wie man das spricht. Achso. Du kannst auch äh. Ja. Du weißt nicht ob du das weißt. Falls dich die langen Namen nerven. Mit den ganzen Tags und so. Das kannst du auch kürzer stellen. Ja. Äh. Geht. Geht eigentlich bis jetzt. Weil ich hab. Ich hab zum Beispiel. Dass die. Dass die Clan Tags raus sind eingestellt. Ja. Weil das ist doch denn manchmal doch. Bei einigen Namen viel zu lang. Ja. Ich noch nicht. Und du kannst auch ganz ausstellen. Dass da gar kein Name steht. Ja. Den brauch ich aber. Das ist der einzige Hinweis. Dass ich weiß. Dass das ein Gegner ist. Ja. Den roten Punkt kriegst du ja trotzdem. Wenn du trotzdem bist. Achso. Ja dann. Alter. Ja klar. Von hinten. Ja. Da muss sogar der Hund wählen. Also. Beziehungsweise. Ich weiß halt. Wenn kein. 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 Blaues Ding drüber ist. Ist halt ein Gegner. Ja. Das ist äh. Das ist richtig. Weil man zieht die erst so gut. Ja. Sie sind manchmal sehr schwer zu erkennen. Ja. Ist da eine? Ja. Ich weiß nicht. Ich hab's gefunden. Da sind zwei Stück. Ja die hab ich gemacht. Wo ist die Patronienzone? Auf der anderen Seite. Ich hab nur noch zwei Schuss. Oh nein. Oh nein. Boah. Ich hab nur Rückenschmerzen ohne Ende. Oh nein. Boah. Und so hast du sowohl obere Rücken als auch untere Rücken. Du hast den Trick gelassen. Also richtig. Jackpot. Ja. Ich hab Plaktikeinstieg freigeschalten. Schenk dem Fanny doch mal ne Runde Physiotherapie. Ja wär super ey. Hab bloß keine Zeit. Man wär auch kein Problem. Müsst du zum Arzt gehen und sagen. Ey du. Ich hab Rückenschmerzen immer. Einfach. Dann kriegst du dann auch verschrieben. Und dann bekomm ich's verschrieben. Aber muss ja auch einfach hingehen. Muss ja auch einfach mal machen. Hab ich kein Bock drauf. Ja. Oh das bin ich. Ha. Das bin ich. Okay. Wir sehen jetzt anders aus. Ja. Ab und zu mal den Skin wechseln.